Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit der RS4 Limo. Ihr habt euch ja gewünscht, wir sollen auf die Thema Elektrik volles Ballett einsteigen und das werden wir in diesem Video tun. Aktueller Stand, Motor ist noch eingebaut. Wir wissen noch nicht, woher die Ölerei herkommt, weil ich habe es auch noch nicht ausgebaut, weil ich wollte 1, 2, 3 Sachen jetzt an dem Motor noch fertig bauen, wofür der drin sein muss, unter anderem Kabelbaum, damit wir ihn dann rausnehmen und dann alles final, final fertig haben. Thema Elektrik. Also wir wollten eigentlich die ganze Sache schon vor dem ersten Start filmen. Jetzt war es allerdings so, die Zeit ist wieder geflogen. Das heißt, für den ersten Start haben wir wirklich nur an den Kabelbaum die Sachen ran gepinnt, ohne auf die Längen zu gucken, die man brauchte. Düsen, Spulen, Gaspedal, Drosselklappen, Öldruck, Wassertemperatur und Lambda-Sonne. Und dann ist das Ding angesprungen und läuft. So, jetzt krempeln wir das Ganze nochmal neu auf und ich erzähle euch heute, wie, wo, was ist überhaupt an der Limo verbaut, wie ist der Plan, wie geht es weiter. Weil das haben wir nämlich bisher noch gar nicht gemacht. Also, in diesem Auto wird verbaut, neben diesen 30.000 Kilo Kabel, eine sogenannte Max ECU Pro. Die kommen aus Schweden, das ist die größte Version davon. Im Abarth haben wir den kleinen Bruder drin. Im Marius Golf kommt auch der kleine Bruder, die Race. Und warum wir die Pro nehmen, erzähle ich euch gleich. Dazu kommt dann dieses Gerät, ein sogenanntes PDM, Power Distribution Modul. Das heißt, hier kommt am Ende ein dickes Kabel drauf und wir brauchen keine Sicherung und keine Relais mehr. Dieser Kasten kann später alles schalten, was wir an Verbrauchern im Auto haben. Fast alles. Das wird sich in diesem Video herausstellen, ob hier genug Saft drauf ist, dass es für alles geht. Aber von der Theorie her haben wir nur diese beiden Geräte und da wird später alles dran gehen. So ist der Plan. Jetzt erstmal zu den Vorteilen. Warum Max ECU? Normalerweise war ich ja immer ein Fan mit Originalsteuergerät. Bosch ME7. Hätte diese auch wirklich liebend gerne mit Sascha, Firma Tuntec, weiter betrieben. Aber das Problem ist, es gibt ein riesen Problem. Die kann keine zwei Drosselklappen. Mit dieser GTR-Ansaugbrücke, wo ich mir wirklich viel von verspreche, müssen wir aber zwei Drosselklappen fahren. Jetzt gibt es die Möglichkeit, mit ein paar Erweiterungsmodulen, mit einem Dummy, mit einem Master und Slave, wie auch immer, einfach so zu tun, als wenn eine Drosselklappe da wäre und die andere Drosselklappe einfach nur parallel mit dran zu hängen. Ob das bei so einem Auto die richtige Wahl ist, weil normalerweise in der Serie ist dieser E-Drosselklappen-Kreislauf noch viel, viel krasser, was die Absicherung angeht, weil man darf einfach nicht vergessen, das ist der Kreislauf im Auto, der eigentlich am wichtigsten ist mit der Bremse, weil wenn ich vom Gas gehe, will ich natürlich auch, dass das Auto vom Gas geht oder noch krasser ist. Ich will nicht auf einmal ruckartig Vollgas geben mit dem Ding. Okay, und was machst du als nächstes? Vollgas? Weil es gibt dann doch den ein oder anderen Moment, wo halt Vollgas geben nicht so geil wäre. Nein, nein, kein Vollgas! Vollgas? Nein, nein, bitte kein Vollgas! Okay, Vollgas! Vollgas! Klar, es ist immer noch ein Schaltfahrzeug, das heißt, ich kann jederzeit die Kupplung treten und könnte auch jederzeit die Zündung ausmachen, aber das wollen wir ja nicht. Deswegen, ja, nee, hab ich mir dann gesagt, komm her, dann gehen wir jetzt in dem Weg hier den Schritt und nehmen die Max-ECU, die kann zwei Drosselklappen. Und das Steuergerät hat mich auch im Abbad so überzeugt, dass ich der Meinung bin, dass es der richtige Weg ist. Auch alleine deswegen, weil der Puncto mit Daten locken. Bei diesem Auto wird es so sein, dass die Last so kurz ist, Millisekunden, Zehntelsekunden, wird der Eingang immer nur drin sein, dass ich unmöglich wie bei der alten Limo auf alle Anzeigen gucken kann. Das wird hier einfach zu schnell gehen. Und da ist halt das Coole bei diesen Freipurm über den Steuergeräten, die haben den Speicher drin, Max-ECU speichert sogar die Loks ab und man kann sich die Rückwirkung runterziehen. Da wird dauerhaft alles mitgelockt. Man kann sogar einstellen, was er loggen soll. Also Sachen, die mich auf keinsten jucken, kannst du direkt ausmachen, dann spart man ein bisschen Kapazitäten. Kann ich jederzeit runterziehen und kann ganz genau gucken, was in dem Lauf eigentlich fahrt. Das ist schon mal ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil von der Max-ECU ist, da kommen wir später zum Thema Kabelraum. Aber größter Vorteil, wie gesagt, zwei Drosselklappen, weil wir haben einen V6. Das heißt, wir brauchen auch zwei Klopf-Sensoren und zwei Lambda-Sonden. Und wir brauchen auch zwei Regelkreisläufe, dass er quasi linke und rechte Bank regeln kann. Das wäre auch ein Punkt, wo die EMU an ihre Grenzen bekommen wäre, weil das kann die EMU alles nicht. Wir brauchen kein Luftmassenmesser. Das heißt, der ganze Punkt Ansaugung ist für uns deutlich einfacher zu gestalten. Bei dem alten Auto durch den Luftmassenmesser muss sich natürlich beide Turbos immer zusammenführen. Das ist dieses Y-Rohr obendrauf. Und dann geht man durch den Luftfilterkasten durch ein Luftmassenmesser. Brauchen wir hier nicht. Dieses Steuergerät ist komplett nur über Druck und Drehzahl geregelt plus Gaspedal. Das heißt, da sind wir auch uneingeschränkt, was die Auslehrung angeht. Ein riesen Vorteil von dieser Max ECU, also von der Pro, also ein riesen Nachteil ist, sie ist wirklich schwer. Diese zwei Kilo hier, die tun fast schon weh. Aber da muss ich durch, weil es ist wirklich komplex und einfach diese Kombination. Weil wir können an dieses Gerät, können wir, ich habe jetzt hier leider zur Sekunde keine ganze Steuergerät-Übersicht, aber selbst wenn ich nur den Stromlaufplan schon mal durchgehe, also normalerweise könnten wir mit dem Steuergerät noch viel mehr machen. Acht Zylinder, Zehn Zylinder, Zwölf Zylinder, alles kein Problem. In meinem Fall zwölf Düsen, 18 Düsen auch kein Problem. Aber was hier an Sensoren rangeht, ist wirklich der Wahnsinn. Also das Geile ist bei Max ECU, man kriegt den ganzen Kabelbaum vorkonfiguriert. Das heißt, in diesem Kabelbaumstrang ist wirklich alles drin, was das Steuergerät kann. Das heißt, wenn ich jedes Kabel, wie ich davon am Ende belegt habe, macht dieses Steuergerät alles, was geht. Hier haben wir vier Stück von und die werden wir natürlich alle nicht brauchen. Das heißt, wir werden den Kabelbaum bauen und danach schneiden wir alles raus, was wir nicht brauchen, weil das Gewicht wollen wir ja definitiv sparen. Aber das krasse ist, was dieses Steuergerät alles kann, weil auf dem ersten Stecker haben wir schon mal vier analoge Eingänge. So, dann kommt der nächste Stecker, da haben wir noch mal weitere sechs analoge Eingänge. Und dann kommt der nächste Stecker, da haben wir noch mal weitere zehn analoge Eingänge. Das habe ich gerade gesagt, vier, sechs, zehn sind 20 analoge Eingänge. Was ist ein analoger Eingang? Ein analoger Eingang ist immer ein, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, vereinfacht gesagt, ein Sensor. Alles, was das Steuergerät mitbekommen soll, ist ein Sensor, das ist ein analoger Eingang. Das können verschiedene Varianten sein. Das kann einfach nur ein Widerstandssensor sein, wie ein Temperatursensor. Das kann ein 0 bis 5 Volt Sensor sein, das heißt ein Sensor, der mit einer Spannung bespeist wird, 5 Volt und verändert quasi je nach Wert seine Voltzahl. Für Eingänge, die mit Drehzahl zu tun haben, also mit einer Frequenz, ABS Sensoren, Drehzahlsensoren, Kurbelwellensensoren, diese ganzen Sensoren haben alle zusätzlich tatsächlich nochmal wieder einen eigenen Eingang. Also das kommt alles noch an Top. Und jetzt zieht euch alleine mal das hier rein, das ist schon alleine geil. Ich friemel das hier mal raus. Wir haben hier zum Beispiel in diesem Kabelstrang, haben wir zum Beispiel einen Klopf-Sensor. Also selbst der Klopf-Sensor zählt nicht zu diesen analogen Eingängen. Das ist wirklich nochmal ein weiterer Sensor. Lang genug sollte dieser Strang auf jeden Fall auch sein, wenn ich das hier so sehe. Ich muss ihn hier mal ausbreiten. Sieht schon so richtig nach Spaß aus. In dem hier macht das tatsächlich Spaß, wenn man Zeit hat. Also diesen Kabelbaum schnell auf die Limo zu legen, dass das Ding funktioniert, ging wirklich ratzfatz. Wenn man sich da ein bisschen reintödelt. Das hier ist zum Beispiel, ach das nächste Geile ist, alle Kabel sind beschriftet, sowohl in der Farbe als auch was damit zu tun ist. Das hier ist NOC 2. Das ist der zweite Klopf-Sensor. Und hier ist halt das coole, dieses Kabel ist geschirmt mit Schirmung, ist komplett verpinnt und so weiter. Das heißt wirklich nur noch Schnipp-Schnapp, Tülle drüber, Klopf-Sensor an, fertig. Das heißt man muss sich auch gar keine Gedanken mehr um die Auslegung der Kabel machen, weil das hat Max ECU alles für einen gemacht. Und wir können einfach die Kabel so wie sie hier sind nutzen. Und das ist für die Nicht-Kabelbaum-Bauer schon definitiv geil. Das hier ist zum Beispiel NOC 1. Achso, an dem Strang sind tatsächlich beide Klopf-Sensor. Dann gibt es natürlich noch wirklich viele Outputs. Outputs sind dafür da, wenn man etwas stellen will. Das heißt, es gibt die einfache Variante von einem Output. Einfach nur etwas zu schalten. Benzinpumpe, Lüfter, eine LED, wie auch immer. Dann gibt es die etwas aufwendigere Variante, dass auch Strom fließt. Das heißt Drosselklappe. Die Drosselklappe wird über das Steuergerät gesteuert, aber hat eine relativ hohe Stromstärke. Das heißt, man kann jetzt nicht ein Relais dazwischen machen und sich den Strom direkt von der Batterie zur Drosselklappe ziehen, sondern der ganze Strom, um die Drosselklappe auf- und zuzustellen, geht durch dieses Steuergerät. Und da hat dieses Steuergerät auch ein paar Ausgänge mehr, wo ein bisschen mehr Sacht drauf ist. In dem Fall 4 für 2 Drosselklappen halt. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist halt einfach, ihr werdet es im Laufe der Videos sehen, wenn wir den Kabelbaum bauen, es ist halt einfach perfekt. Weil es ist halt auch einfach, solche Sachen sind perfekt. Wenn ich zum Beispiel hier Throttle-Sensor, das ist in dem Moment Gaspedalsensor. Das heißt, ich sehe ganz genau, Gaspedalsensor sind drei Kabel. Einmal 5 Volt Sensor-Supply. Da ist hier gleich eine Zweigstelle dran, weil wir diese 5 Volt Sensor-Supply garantiert noch irgendwo anders brauchen. als auch Sensormasse, als auch das eigentliche Sensorkabel. In dem Fall das schwarze G2. G2 ist die Position im Stecker, wo es quasi gesteckt ist. Also selbst dieser Stromlaufplan ist wirklich einfach. Selbst Sachen, die mich eigentlich gar nicht jucken. Sei es ein Hall-Sensor, wie er verkabelt ist. Sei es die Lambda-Sense, wie er verkabelt ist. Sei es Spulen, verschiedene Düsen, Relais. Also diese Anleitung ist schon wirklich geil. Also das macht hiermit wirklich Spaß. Muss ich einfach so sagen. Erster Teil. Wie ich gerade sagte, kann dieses Teil aber nicht eine hohe Stromstärke. Außer ein paar Ausgänge für die Drosselklappe. Das heißt, Lüfter, Benzinpumpe, Servopumpe sind so typische Verbraucher, die zusätzlich abgesichert werden müssen. Selbst die Einspritzdüsen als auch die Zündspulen sind alles Verbraucher, die nicht direkt durch das Steuergeld bestrumpft werden können, sondern eine Absicherung brauchen. Diese Absicherung brauchen wir nicht, weil diese Absicherung kommt in dem Fall über unser PDM. Dieses PDM kann in Summe... Steht das hier irgendwo? Na, ist auch eigentlich unterm Strich egal. Dieses hier ist komplett frei programmierbar über die Maxi zu. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal an die PDM mit dem USB-Kabel. Ne, wir können das PDM über das Motorsteuergeld beschreiben. Dieses PDM zeigt uns alles. Da freue ich mich am meisten drauf. Das heißt, wir sehen in diesem PDM zum Beispiel den Stromverbrauch von den Spulen. Wir sehen den Stromverbrauch von den Düsen. Wir sehen den Stromverbrauch von der Servo. Wir sehen den Stromverbrauch von dem Lüfter. Alles. Richtig geil. Kann man auch mal ein bisschen gucken, wie... Also was unter Volllast eigentlich diesen extrem krassen Stromverbrauch macht. Weil bei diesen Motoren ist es tatsächlich so, wir brauchen Strom ohne Ende. Wir könnten keine kleinere Lichtmaschine einbauen, aber wir brauchen eine hohe Spannung. Weil alles, was Strom braucht, hängt von der Spannung ab. Gehen wir von 14 Volt runter auf 12 Volt, kann alles gleich weniger. Die Spritpuppe kann weniger, die Düsen können weniger, die Spülen können weniger. Deswegen brauchen wir diese 14 Volt und ich bin mal gespannt, was wie wo hier alles verbraucht. Hier könnten wir von der Theorie her auch noch jede Menge Sensoren anschließen. Ans ADU, ans Display können wir auch noch Sensoren anschließen. Also wir können wirklich Sensoren anschließen, bis der Arzt kommt. Ich würde mal vorsichtig sagen, wir können... Also in Summe können wir bestimmt 40 Sensoren anschließen, würde ich tippen in dem Auto. Also das reicht auf jeden Fall. Was geil ist, ist... Ach doch, hier steht es ja. Wir können in Summe 20 Outs haben wir. Das heißt, wir können 20 Verbraucher einschließen. Welche in Summe dauerhaft 230 Ampere verbrauchen. Was schon wirklich krank viel ist. Also das werden wir niemals schaffen. In dem Thema bin ich noch nicht ganz so drin, verbaue ich auch das allererste Mal. Was auch extrem cool ist, dieses Teil kann ein sogenanntes PWM-Signal erzeugen. Das heißt, von der Theorie her kann es einem Lüfter nicht nur an- oder aussagen, sondern dieses Teil kann über das Motorsteuergerät dem Lüfter sagen, bitte 10%, bitte 20%, bitte 100% und so weiter. Das heißt, wir müssen nicht den Lüfter die ganze Zeit auf Vollgas laufen lassen, sondern der Lüfter läuft dann auf Vollgas, wenn es wirklich gefragt ist. Okay, hier werden wir uns ein bisschen reinfuchsen müssen. Dazwischen kommt dann noch ein Keyboard im Innenraum. Da gibt es auch ein geiles 3D-Druckteil. Das werdet ihr im Laufe dieser Videoreihe auch sehen. Das heißt, ich setze mich später ins Auto, drücke nur so Formel-1-mäßig, wobei Formel-1-Auto, ich weiß nicht, ob Formel-1-Auto so angemacht wird, aber so ein bisschen Flugzeug-mäßig, drückt man nur auf den einen Knopf, alles geht an und daneben ist dann noch ein Knopf zum Motor starten. Und dann hat man da nur so ein paar Taster, die man sich frei belegen kann, weil auch die Taster laufen alle über Canbus. Das heißt, da geht nur Can High, Can Low ran. Und ich kann dieses Tastfeld komplett frei programmieren über das Steuergerät. Das heißt, ich kann sagen, der erste Knopf soll Beziehpumpen sein, der zweite soll Lüfter sein, der dritte soll Blinker links, der vierte soll Licht sein. Also man kann am Ende wirklich alles damit verdragen. Ein letzter Punkt noch, Max ECU, auch extrem cool. Man hat einen einzelnen Stecker, nur für die ganzen Typ-K Sensoren. Was ist Typ-K? Typ-K sind die ganzen Temperatursensoren, die ihr zum Beispiel in den Krümmer schraubt, die ihr ansaugt Temperatur und so weiter. Und hier haben wir in Summe 1, 2, 3, 4, 8, 12 Typ-K Sensoren können wir mit diesem Steuergerät intern anschließen. Das ist ja Wahnsinn, weil ich glaube, Max ECU, äh, Emu kann glaube ich 2. Das heißt, man braucht immer noch wieder ein Zusatzsteuergerät. Mit diesem Zusatzsteuergerät geht man dann da wieder rein und es ist am Ende so viel verdrahten und so viel Fehlerquellen, dass man hier halt wirklich gesagt hat, wir machen einen Kabelstrang nur für die Typ-K Sensoren, zwölf Stück. Ich brauche lediglich sechs oder acht, also wir haben schon eine Sonde in jedem Zylinder am Ausgang und ich denke mal, wir werden eine Sonde noch direkt Eingang Turbolader machen. Man könnte natürlich noch eine weitere Sonde hinter den Turbolader machen, um so ein bisschen das Temperaturgefälle davor und dahinter zu sehen. Das könnte man auch noch machen, weil Eingänge haben wir ja genug. Naja, wir haben wirklich genug Eingänge. Ich will auf jeden Fall Laderdrehzahl, dass wir wirklich links, rechts die Lader synchronisieren können, weil ich will bei diesem Auto auch zwei N75 verbauen. Das heißt wirklich, man kann den linken als auch den rechten Turbolader anders ansteuern, dass die am Ende sich über die Laderdrehzahl synchronisieren. Dass nicht ein Lader 100.000 Umdrehungen und der andere 80.000 Umdrehungen macht, sondern man kann dann die eine Seite mehr antakten, dass beide 100.000 haben. Sowas habe ich auch noch vor. Dafür müssten wir nämlich eh die Turbolader nochmal ausbauen, weil dieses Sensorgewinde an dem Turbolader leider noch nicht vorgesehen ist. Da aber noch einmal. Ja, ich hoffe euch wird das Ganze nicht zu öde, aber ihr habt es euch gewünscht. Deswegen ziehen wir das Ganze jetzt ein bisschen detaillierter durch. Das heißt, als nächstes machen wir jetzt an dem Auto einen Dummy-Kabelbaum. Das heißt, von Steuergerät zum Motor einfach nur ein einziges Kabel. Überall, wo eine Abzweigung ist, mache ich mir den Kabelbänder hin. Von dort aus ziehe ich das Kabel dann wieder so weit, wie es gehen soll. Am Ende nehme ich das Teil raus. Wir legen den ganzen Kabelbaum auf den Tisch und fangen dann an, den eigentlichen Kabelbaum zu bauen. Also ich würde sagen, wir gehen mal runter und fangen mal an, den Dummy-Kabelbaum zu bauen. So, eine Sache will ich euch gleich zeigen. Werdet ihr später zwar auch nochmal sehen, aber nur kurz zur Motivation. Thema Hinterachse ist endlich fertig. Wir haben es wieder komplett übertrieben. Haben auf schnell ein paar Bleche gebaut, umgekantet, verschweißt. Hier noch eine Versteifung reingemacht, da noch eine Versteifung rein. Und ich sag euch, ich finde das so was von Porno wie dieses Diff da drin hängt. Da kann echt nichts mehr passieren. Ich sehe es gerade auch das erste Mal. Das sieht wirklich echt krass aus. Also wenn dieses Diff sich nur, also alleine schon als wir es nach dem Schweißen wieder eingebaut haben. Das geht da so geil rein, wie die Schrauben passen und wie diese Passungen alles so sind. Also ich sage, unmöglich kann dieses Diff nur ansatzweise irgendwie auseinander fliegen. Weil sollte es irgendwie auseinander fliegen, muss die ganze Achse dabei auseinander fliegen. Und das, also ich kann es mir nicht vorstellen. Das muss ein Ding der Unmachbarkeit sein. So, jetzt geht es los hier. Thema Kabelbaum. Als allererstes haben wir ja diese, wir machen hier mal einen Link zum Video rein von iGo3D hier aus Hannover. Die haben uns ja diese geilen Teile aus Carbon gedruckt, wie das Ganze hier am Ende jetzt montiert wird. Das erspart uns schon mal brutal viel Arbeit, weil eigentlich müssten wir jetzt wieder anfangen Halter zu bauen und so weiter. Nein, wir nehmen einfach dieses Teil, nehmen die Muddys hier runter, unsere PDM. Achso, wir haben uns jetzt erstmal nur auf den Kabelbaum zum Thema Motorraum bezogen. Dann gibt es auf jeden Fall nochmal einen Kabelbaum zum Thema Innenraum. Weil nicht alle Kabel gehen logischerweise an den Motor, sondern es gibt auch ein paar Kabel, die in den Innenraum gehen. Schaltung, Display, all mögliches. Das wird hier so durchgeführt, da kommt dann noch ein Stecker, dass man beides zerlegen kann. Aber da kommen wir dann Schritt für Schritt. Erstmal geht es jetzt zum Motorraum. Aber, so, die PDM kommt hier so rein. So, da liegt die schon mal. Das heißt, alle Kabel, die zur PDM gehen, können durch diesen kleinen Tunnel da rangehen. Hier kommt anschließend, zack, dieses Teil drauf. Kabel, die an die PDM gehen, brauchen definitiv einen extra Stecker. Weil ich werde das Ganze so bauen, dass wir nicht das Motorsteuergerät ausbauen, um den Motor auszubauen. Also, ich möchte zum Motor ausbauen wirklich nur die vier Kabel hier von dem Motorsteuergerät lösen. Klack, klack, klack. Auf dem Motor legen, ausbauen. Das heißt, alles was an das PDM kommt, braucht hier nochmal eine extra Steckverbindung. So. Dann kommen diese beiden Teile hier dran. Die haben wir jetzt noch nicht montiert. Die liegen aber hier so grob. So grob so liegen die dann da. Und da kommt dieser Kollege raus. Und das macht mich schon echt ziemlich glücklich, wie dieses Steuergerät halt. Weil es einfach irgendwie so passig ist. Sieht aus wie Serie. Sieht aus wie Serie. Wir haben den Innenraum gleich geschützt. Da sitzt da alles schön. Wir haben hier vier Stecker. Diese vier Stecker nehmen wir einfach ab. Wir gehen auf dem Motor. Haben ganz kurze Wege zu unserer Lightbox-Batterie. Kurze Wege zu unserer Servo. Das heißt, auch die Kabellängen müssten in Summe eigentlich relativ kurz werden. Haben kurze Wege von hier zum Anlasser. Kurze sind wir relativ, aber das wird gut. So. Jetzt geht's los. Und jetzt nehmen wir nur für das Gröbste diesen Kabelstrang erstmal. Um mal grob zu gucken, wo der lang geht. Diesen Kollegen. Hier, nach wie vor mein Highlight. Der kommt jetzt hier dran. Jetzt bin ich so unerfahren, dass man nicht mal weiß, welcher Stecker das ist. Doch, siehste. Man muss aber Glück haben. Original ist diese Öffnung hier für Klimaleitung. Die wir jetzt natürlich nicht mehr haben. So. Das heißt, wir gehen hier so durch. Und gehen dann, würde ich vorschlagen. Wahrscheinlich, also entweder könnte man jetzt hier direkt dran gehen. Das wird ein bisschen komisch aussehen. Weil wir dann hier so eine Peitsche über dem Motor liegen haben. Ich würde tippen, wir gehen hier an der Spritzwand mit irgendwelchen coolen Haltern. So lang. Und dann da rüber. Hm. Glaub ich ganz cool aussehen. So. Das heißt, das ist schon mal die erste Stelle, die wir uns markieren. Ne, wir markieren uns direkt zwei Stellen. Das Praktische ist, wenn man das Ganze auf Video macht, braucht man nichts draufschreiben. Wollen wir einfach später das Video gucken. Wir markieren uns natürlich als erstes mal die Höhe von der Durchführung hier. Hier würde ich gerne ein bisschen Luft lassen, weil die anderen Stecker gehen ja auch alle seitlich raus. Damit das Ganze am Ende schön aussieht. Ungefähr hier so an der Durchführung. Und dann, man darf natürlich immer nicht vergessen, je mehr Kabel es werden, je steifer wird das Ganze. Das Ganze muss natürlich ein bisschen lockerer, weil am Ende drehen wir die Kabel noch, weil dann werden sie flexibler. Das heißt, ich würde mal sagen, hier ist am Ende der Punkt, wo wir an der Spritzwand sind. Das ist aber immer noch nicht alles, weil wir brauchen noch eine weitere Markierung. Und zwar, wie weit der Abstand von der Spritzwand ist. Das heißt, wenn wir hier ungefähr an der Spritzwand sind, dann sind wir ungefähr hier unter dem Motor. Das heißt, alles ab hier hat rein gar nichts mehr jetzt mit unserem Motor zu tun. Also nichts mehr mit eingebaut zu tun, sondern das können wir übertrieben gesagt ausgebaut an dem Motor auch machen. Weil wir ganz genau wissen, wir sind dann hier unter der Ansaugbrücke auf der Höhe. Das heißt, ab hier verteilen wir... Also falsch. Hier ist an der Spritzwand, hier ist am Motor. Dazwischen fangen wir an, alles auf dem Motor dann kreuz und quer zu verteilen. Jetzt muss ich mir einmal einen Überblick verschaffen. Was kommt alles in den Motor-Karlwurm rein? Wir brauchen ein dickes Plus-Kabel von der Batterie zum Anlasser zur Lichtmaschine. Das kommt hier nicht mit rein, das legen wir extra. Weil ein dickes Plus-Kabel braucht immer einen dicken Stecker zum Trennen. Wir müssen es definitiv trennen, weil ich komme niemals an die Lichtmaschine und Anlasser von hier, um das Kabel loszumachen beim Ausbau. Einen dicken Stecker ist immer problematisch, weil durch diesen Stecker dann der ganze Sache vom Starten geht. Das heißt, hier werden wir es folgendermaßen machen, das legen wir zusätzlich so rein. Und ich nehme es beim Ausbau einfach nur vom Plus-Pol von der Batterie ab und lege auch dieses Kabel mit drauf. Das heißt, das kommt schon mal nicht mit rein. Dieses Kabel braucht allerdings einen Kontakt zum Starten. Also, man hat hier am Anlasser nicht nur 12 Volt, sondern man hat hier auch das Starterkabel, welches den Magnetschalter reinzieht. Wo auch relativ viel Strom durchgeht, aber nicht ganz so viel wie der Anlasser. Das heißt, das Kabel könnten wir mit in den Motor-Karlwurm legen und haben dann hier nämlich schon den ersten Stecker. Stecker deswegen, weil wir es trennen müssen von dem Batteriekabel. Oder wir legen es mit am Motor-Karlwurm an. Ne, wir legen es mit an den Anlasser-Karlwurm. Das ist nämlich auch original so. Da könnte ich nämlich im Zweifelsfall den originalen Anlasser-Karlwurm nehmen. Der geht nämlich auch genau hier durch dieses Loch zur Batterie. Lüfter. Wir haben zwei Lüfter. Jetzt gerade hängt nur einer drin. Es kommt aber noch ein zweiter. So, den muss ich dir einmal vorführen. Die letzte Innovation, die ich bei der alten Limo hatte, war, dieser Lüfter ist eigentlich der sogenannte Druck-Lüfter für die Klimaanlage. Ich hatte keine Klimaanlage mehr drin. Ich dachte mir so, der Lüfter wird schon laufen. Läuft aber nicht. Der läuft nur auf minimalster Stufe, solange die Klimaanlage nicht befüllt ist. Das ist der Lüfter, der so laut wird, wenn die Klimaanlage angeht. Bei den Autos immer. Weil das Auto hat ein Steuergerät gehabt unter dem Längsträger. Und wenn der gesehen hat, nee, Klima ist nicht befüllt, ich habe keine Klimaanlage, geht dieser Lüfter nie auf volle Pudde. Jetzt habe ich diesen Lüfter da mal ran gemacht. Alter, und zieht euch mal rein, was dieser Lüfter an Saft hat. Ich war fassungslos. Gucken, ob man das gleich hört. Das sollte man gehört haben, ja. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich werde es sogar jetzt folgendermaßen testen. Wir wollen ja beim Thema Leichtbau bleiben. Bevor ich da jetzt auf dem Dorf noch einen zweiten Lüfter neben haue, werde ich es tatsächlich erstmal mit dem kleinen Lüfter testen. Ob der nicht schon reicht. Weil mit dem Sprit, den ich fahre und dem Anwendungszweck, den ich vorhabe, glaube ich, dass wir gar keinen weiteren Lüfter brauchen. Der reicht auf jeden Fall. Thema Lüfterkabel. Auch nicht mit an dem Motorkabel bauen. Sondern da ich das Ding eigentlich nie wieder abmachen muss, würde ich hier an den Lüfter einen Stecker machen. Und würde für den Lüfter eine extra Verkabelung machen. Das heißt, die ist für jetzt erstmal egal. Weil ich weiß, da kommen noch zwei, drei andere Sachen ran. Wie zum Beispiel vielleicht Haubenscharnier vorne, der Kontaktschalter. Oder, was weiß ich, Scheinwerfer. Genau. Licht muss ja auch noch verkabelt werden. Sowas würde ich dann eher damit ranlegen. Das heißt, es geht jetzt wirklich rein nur um Motor. Okay. Und das heißt, jetzt können wir das Ganze am Motor ein bisschen aufteilen. Ist das cool oder ist das langweilig? Eigentlich langweilig. Weil ich mache jetzt wirklich nur folgendes. Ich nehme ein Kabel. Tue so, als wenn dieses Kabel unter dem Motor anfängt. Genau an der Stelle. Und teile es Y-mäßig auf zu den ganzen Sachen, die ich anschließe. Heißt, zu den Spulen. Heißt, zu den Düsen. Zu Nockenwellensensor. Zu Nockenwellenversteller. Die verkabel ich jetzt mit. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir ohne fahren. Aber ich werde sie trotzdem anschließen. Dafür ist zum Beispiel übrigens so ein GP-Out. Zum Schalten der Nockenwellenversteller. Nockenwellenversteller. Da ziehe ich jetzt einfach überall ein Kabel hin. Schneide das ab. Klebe es an meinen Hauptstrang ran. Und dann können wir gleich auf dem Tisch. Zeige ich euch das. Das ist besser. Dann kleben wir das Ganze hier dran. Und ihr seht den ganzen Kabelbaum, wie am Ende sein soll. Bis gleich. Also bei dieser Kabelbaum-Variante habe ich mir mal was Neues überlegt. Das ist jetzt hier unsere Trennstelle. Und das ist eigentlich so 90% von dem, was am Motor dran ist. Normalerweise ist ein Kabelbaum immer aufgebaut, dass der so übertrieben gesagt an dem ganzen Motor lang geht und überall einzelne Abzweigstellen sind. Bei Rennautos sieht man aber immer mehr, dass es eine Zweigstelle geht und die Kabel einzeln zu den Sensoren und so weiter gehen. Deswegen habe ich mich da jetzt auch mal so ein bisschen dran gehalten. Wir gehen unter dem Motor einfach genau hier ran. Alles was das hier ist, das sind einzelne Sensoren, Lambda-Sonde, Wasserbehälter für Flüssigkeitsstand, N75, Benzindruck, Öldruck, Öltemperatur und so weiter. Einzige Kabel, die ich zusammenlege, sind definitiv Zinsspulen. Linke Seite, rechte Seite und linke Seite, rechte Seite die ganzen Einspritzventile samt Drosselklappe. Weil, da kommen wir dann im nächsten Video zu, mein Plan ist es, dass ich so einen geilen Kombi-Stecker habe und wenn ich die Ansatzbrücke runternehme, nicht alle Einspritzdüsen, 18 Stück in dem Fall, abziehen muss, sondern einfach nur Stecker abziehe und die ganze Ansatzbrücke einfach runternehmen kann und quasi den Kabelbaum bauartbedingt an der Brücke immer lasse. So ist zumindest der Plan. Ja, das heißt, das war's für dieses Video. Im nächsten Video steigen wir jetzt ein, tatsächlich mal richtig, ich sag jetzt mal produktiv zu werden, weil das Komplizierte kommt jetzt erst noch. Einspritzdüsen, Zinsspulen und so weiter, die brauchen natürlich alle noch Strom. So, und diese Stromverteilung, weil es ist eine Verteilung, weil wir nicht einzelne Kabel von Batterie zu jeder Düse legen können, sondern man muss natürlich irgendwo Verteilpunkt wählen, das zeige ich euch im nächsten Video alles, bis wir dann wirklich einen fertigen Kabelbaum hier liegen haben. Aber in Summe kann man ungefähr sagen, von hier, also wir wissen jetzt, hier ist Steuergerät, hier ist die Spritzwand zu Ende, hier gehen wir rüber, ab da kommt die Verteilung. Das heißt, der Kabelbaum ist mehr als lang genug. Wir starten jetzt, dass wir uns das Ganze schön auf dem Holzbrett machen, das passend ausbreiten, dann die ganzen Kabel zurechtlegen, da steigen wir wieder ein und am Ende erkläre ich euch ein bisschen was zu jedem Sensor, zu jeder Düse, zu jeder Spule und mache aus euch allen kleine Elektro-Profis. Manche von euch werden sagen, die hätten jetzt gar keinen Bock auf diese Arbeit. Ich persönlich finde es mit Kabelbaum eigentlich ganz cool. Man hat saubere Finger, ist ein bisschen beruhigend, aber man muss halt immer mit dem Kopf dabei sein. Deswegen genug für heute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also, bei einer Lauf-Laufヒ Vielen Dank.